Das späte Spiel, das wir noch haben, und zwar die Lions zu Gast bei den 49ers in Santa Clara. Ist es eigentlich richtig, Santa Clara? Ja, ne? Ich hab nochmal extra nachgeguckt. Ist ja nicht San Francisco, das war mir ganz wichtig. Nicht, dass irgendwer denkt, dass das Stadion ... Ja. 60 Meilen oder so sind das. 50, 60 Meilen südlich, einmal schön durch Palo Alto durch und Silicon Valley und so. Also ganz am anderen Ende, ganz am anderen Ende irgendwie so auf halber Strecke von hier nach Bremen. Vielleicht noch ein bisschen mehr aus Hamburg so ungefähr. 0.30 Uhr. Ist denn da Rotenburg ungefähr? Boah, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Schesel beim Hurricane Festival. Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Also es ist ungefähr so, als wenn man von hier wahrscheinlich zum Heidepark fährt oder so. Das sind doch so 50, 60 Kilometer, oder? Nee, zum Heidepark sind es von Hamburg aus, das kann ich dir ja sagen, weil ich auf der Höhe arbeite, sind es ja ungefähr 80 Kilometer, die ich von zu Hause im Dienst habe. Und wie gesagt, es ist dieselbe Höhe, ist dann halt nur nicht links Richtung Munster, sondern rechts Richtung. Ja, aber wenn da der HSV seine Heimspiele austragen würde, dann hat das auch relativ wenig mit Hamburg zu tun. Oder auf halber Strecke. 40 Kilometer, das ist dann schon ein bisschen weiter weg. Also wie gesagt, 0.30 Uhr, Burkhardt und Olsen. San Francisco, minus sieben. Das ist ziemlich deutlich. Und ich würde gerne einsteigen als allererstes mit der Purdy-Nummer, also mit der QB-Story, genauso wie bei den Chiefs und bei den Ravens. Und ich habe jetzt nochmal die Woche ein bisschen gelesen. Und ich finde diesen Hype von wegen kleine Hände und nass und Purdy bringt's nicht, bringt's nicht, bringt's nicht. Boah, komplett überzogen, Freunde. Also erstmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei Wochen hintereinander in der Valley Area regnet, relativ gering, muss ich fairerweise gestehen. Und zweitens ist Purdy einfach so unglaublich gut gewesen mit seinen Numbers und mit seinem Coaching drumherum und mit seinem Team, dass ihm so ein Spiel eigentlich, also da muss schon einiges passieren, dass der nochmal so schlecht performt für die ersten drei Viertel gegen die Packers, oder? Also ich glaube, dass da ein Rock-Solid-Purdy-Game bei rumkommt und der auf Augenhöhe mit dem, da kommen wir dann gleich noch drauf, von Jared Goff spielen kann. Er hatte doch in der Regular Season halt auch dieses eine Spiel mit seinen vier Interceptions und danach ist er auch wieder zurückgekommen. Also mal ganz ehrlich, wenn man sich seine Zahlen aus der Regular Season anguckt, fast 70 Prozent Completion Percentage, 4.280 Yards geworfen, 31 Touchdowns, 11 Interceptions. Das sind auch wieder absolut bomben Zahlen. Ich weiß nicht, was man da jetzt irgendwie groß ... Also Nummer eins Quarterback, also fertig. Also nach den Zahlen halt, ne? Ja, also braucht man nicht irgendwie groß irgendwas reininterpretieren. Und wie gesagt, man darf halt auch immer nicht vergessen, der Junge ist in seinem zweiten Jahr, das erste Jahr, wo er voll startet. Und dann hast du halt mal so ein Spiel dabei. Mein Gott, das sind ja auch alles nur Menschen, ne? Sind keine Überfliege, Übermaschinen oder was auch immer. Also definitiv Kirche im Dorf lassen. Und was man eben jetzt auch noch, und das finde ich eher, nicht nur er, das ist super positiv, was hat er gemacht? Er hat sein Late-Game-Comeback letzte Woche gehabt gegen die Packers. Denn genau, also das letzte Viertel oder der letzte Drive vor allen Dingen, und das hat ja auch Shanahan, wie ich finde, nochmal völlig richtig irgendwie outgepointet, hat gesagt so, hey Leute, als er, als wir ihn gebraucht haben, war er da. Und ja, die, die Throws, die er da irgendwie über die, also fast so anderthalb Interception-Worth an den, über die Receiver hinweg setzt, ja, das sieht natürlich ugly aus, aber wie du sagst, also, erstens ist sein zweites Jahr, ist es das vierte oder fünfte, vierte Playoff-Game, glaube ich? Ja, das vierte. Ähm, dafür ist es rock-solid. Und ich glaube halt einfach nicht. Und das ist die andere Sache, da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal drauf, Dibu Samuels ist relativ früh raus, selbst wenn er diese Woche nicht spielen sollte, dann kann das Coaching-Team um Shanahan einfach da drumrum coachen. So, während du, wenn das im Spiel passiert, so wie letzte Woche, alle ziemlich gelagmeiert dastehen, weil Dibu halt schon ein essentieller Teil der Offense bei den 49ers ist, ne? Und das sind so Sachen, um die kämpfst du jetzt drumrum, wenn du, keine Ahnung, an einem Tag wie heute oder morgen definitiv weißt, hey, Dibu ist out, dann kannst du da irgendwie auch drumrum schemen. Und ja, wäre es besser, wenn Dibu Samuels da ist, weil er ein absolutes Top-Target ist für Purdy, klar. Aber, ähm, dann wird sie irgendwie anders verteilt, denn da laufen noch ein paar andere Leute rum, die in der Offense, ähm, durchaus irgendwie den ein oder anderen Pass von Purdy, ähm, fangen können. Das finde ich auf jeden Fall auch. Also von daher, die Diskussion ist für mich nicht existent. Nö. Für mich auch nicht. Also es ist immer noch was anderes, wenn du dich wirklich eine Woche darauf vorbereiten kannst, dass der Spieler nicht dabei ist. Ich gehe davon aus, dass Shanahan und Co. den Gameplan schon eben, die werden zwei Varianten in der Schublade haben, einmal für mit Purdy, äh, mit Samuel und einmal ohne. Und die werden dann dementsprechend, werden die, werden die da drauf dann, auf die Situation reagieren. Und, äh, wie gesagt, du hast es schon, schon perfekt angesprochen, ne? Wenn, äh, wenn sowas in-game passiert, sieht das Ganze nochmal wieder so ein bisschen anders aus. Was ich mir allerdings wünschen würde, also für die Zukunft, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, dass ein Debo Samuel dann noch Kicks returnt oder so. Vielleicht sollte man so eine Sachen dann, den Spezialisten, da haben sie ja zum Beispiel einen Rayway McLeod oder so, lass das, lass das den machen, aber verheiz deinen, deinen Top, äh, deinen Top-Playmaker in der Offense nicht, äh, bei Kick Returns. Ja, einfach um das mögliche Risiko so, so gering wie möglich zu halten. Es ist ja jetzt auch kein Team, was in den letzten Jahren durch, äh, maximale Gesundheit, äh, irgendwie hervorgestochen ist. Und wir haben es die gesamte Woche gesagt, da können wir vielleicht ein bisschen rübergehen mit Christian McCaffrey, mit George Kittel, sind halt auch noch andere Leute da, die gesund bleiben müssen, damit alles funktioniert. Aber wenn die gesund sind, hat man dann auch letzte Woche wieder gesehen, ähm, dann ist das genau das, was die 49ers brauchen, um mit eine, oder sogar die, nochmal nachgeguckt, die effizienteste Passing-Offense der NFL zu haben. Und, ähm, ein witziger Stat, ähm, die 49ers sind 11 und 1, wenn Christian McCaffrey zu Fuß, also Rushing, 75, ähm, plus Yards macht. Äh, das finde ich ist ein ziemlich, also, keine Ahnung, ob das mit irgendwas zusammenhängt, aber das finde ich ein ziemlich bemerkenswertes Stat und George Kittel hat, der flog, ähm, ich finde die gesamte Saison so ein Stück weit, äh, unterm Radar, denn der blockt ziemlich gut und als Tight End ist halt diese Saison auch irgendwie Tight as Fuck, um das mal so zu sagen. Das sind schon zwei Leute, die von Purdy die Bälle, selbst wenn Dibu nicht dabei ist, super annehmen können. Und, äh, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen, definitiv. Ja, genau. Kittel auch in der 1000-Jahr-Saison und ich finde halt auch, ähm, wenn man das mal sich so anguckt, ne, 65 Catches hat er gemacht, 1020 Yards und, äh, fast die Hälfte seiner, ja, also seit der Receiving Yards, 483 davon waren Yards auf der Catch. Das ist ja, das finde ich ist eine, ist eine sehr beeindruckende Zahl, das heißt, der ist dann auch nochmal ordentlich unterwegs, äh, wenn man sich den Average anguckt von, von Ayuk, Kittel und, und Samuel und, äh, wenn man, das ist einfach irre, die sind alle bei fast 15 oder über 15 Yards, Ayuk fast 18 Yards im Schnitt, also das sind, äh, das ist, du hast die Effizienz der Passing Offense angesprochen, das ist schon, das ist schon aller, allerhöchste Schublade, was die da bieten. Also wenn, wenn Dibu nicht da ist, ich weiß nicht, welche anderen Spiele er nicht, äh, dabei war, es gab so ein paar, äh, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Zwei Stück, das war bei dieser, bei diesem Three-Game-Losing-Streak, ich glaub, das gegen die Browns hat er verpasst. Ja, genau, gegen, ja, exakt. Gegen die Vikings oder so. Ja, wenn der, wenn der, ähm, wenn der nicht dabei ist, dann machen die, ähm, minus eins Yards per Play, also die, die Effizienz geht deutlich nach unten, wenn Dibu nicht da ist. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wenn Dibu nicht da ist, du hast es gerade schon gesagt, Ayuk und Jennings, ähm, sind auch da, die ordentlich was abfangen können. Also, äh, von wegen, ähm, rumschemen und gucken, wem man sonst noch irgendwie ins Bild setzen kann. Falls, ähm, Dibu ausfällt, sind Ayuk und Jennings da und die machen das auf einem relativ, ähm, hohen Niveau. Lass uns mal auf die andere Seite einmal wechseln, zu Jared Goff, der so, äh, Everybody's Darling ist, nachdem Kirk diese Saison rausgegangen ist. Also, so diese Steadiness, die, das Stoische Arbeiten, ähm, und das hat man auch letzte Woche wieder gesehen. Jemand, der sich überhaupt nicht beirren lässt und der mit Amon Ra und Laporta zwei Lieblingsziele hat oder zwei zumindest so verlässliche Ziele, dass da an der Offense auch einiges geht, diese Saison. Ja, und dahinter, das finde ich ja eben auch noch so interessant, du hast einen Josh Reynolds, der, der regelmäßig Bälle fängt, einen Calif Raymond, der regelmäßig Bälle fängt, äh, Jameson Williams, der, der jetzt auch, ähm, der hat jetzt 350 Yards knapp gemacht in seinen zwölf Spielen, aber das wird gefühlt auch langsam immer mehr und ein Jameer Gibbs ist ja bekanntlich auch jemand, der im Passing Game durchaus funktioniert, ne, der hat auch immerhin über 300 Yards gefangen. Das ist, äh, Detroit hat auch ein sehr breites, ähm, Spektrum, sag ich mal, ganz klar vorne, Amon Ra, ne, mit 120 oder 119 Receptions für 1515 Yards, das finde ich schon, das ist echt, Wir hatten's ja am Montag, wir hatten's ja am Montag in der Show, du hast ja mehr oder weniger durchgesetzt, dass wir ihn als König der Woche nehmen, weil man einfach gesehen hat, ähm, zum Ende des Spiels, dass immer, ja, immer wenn nichts mehr ging, ist falsch, aber dass Amon Ra immer wollte und Jared Goff immer geguckt hat, wo ist Amon Ra und dann gingen die Bälle immer dahin. Also die, die, ich will nicht irgendwie MVP, teaminternes MVP anfangen, denn das wäre, glaub ich, dieses Jahr eher Jared Goff, aber, ähm, die Connection, die da ist und das Vertrauen und deswegen die, die Relevanz, die Amon Ra für dieses Team, ähm, besitzt, ist riesig groß. Laporta ist, glaub ich, der Tatend, den sich bei den Chiefs alle wünschen, wenn Kelsey mal in Rente geht jetzt gerade, dass man den irgendwie hat. Und, ähm, du hattest gerade Montgomery angesprochen im, ähm, im Passing-Game, aber Montgomery zusammen mit, ja, Jameer Gibbs, den gibt's nämlich auch noch, äh, ist die Number Six, ähm, Efficient Running Team in der gesamten Liga. Ja, also die haben halt auch ordentlich noch was auf dem Boden, was du irgendwie reinschmeißen kannst, ähm, wenn das, wenn das Passing-Game oder komplementär, ähm, um das irgendwie abzurunden im Passing-Game, was gehen muss. Und das ist, ähm, auch ein ordentliches Fund, auf das sich die, die Lions in den letzten Wochen verlassen konnten. Ja, und das ist ja, ähm, die, auf der anderen Seite des Balls bei den 49ers ist die Rushing-Defense ja tatsächlich so ein bisschen schwächer. Ja, und wenn du dann eben mit Montgomery und Gibbs zwei Leute hast, die insgesamt für fast 2000 Yards gelaufen sind in der Saison, sich das also wirklich sehr, sehr gut aufgeteilt haben, ne, die unterscheiden, äh, 70 Yards, die, die Montgomery mehr hat als Gibbs. Ähm, das ist natürlich, das ist schwer, du bist dann schwer auszurechnen. Und, ähm, der Vorteil beim Running-Game, du weißt ja auch, ne, du kontrollierst damit die Uhr. Und, ähm, auf der anderen Seite die, die Rushing-Defense der, der, ähm, der Lions ist eine der Stärken, ne. Da müssen, müssen die 49ers über den Pass kommen, was wiederum deren Stärke ist. Also, das, das finde ich ganz, ganz interessant. Da trifft, äh, auf dem, ne, die Stärke von dem einen Team auf die Schwäche des anderen und umgekehrt, ne. Das, ja, das, das können wir noch, können wir noch erweitern, weil, ähm, mit und die Passes gegen Detroit ist genau die Schwäche von Detroit. Also, wir haben, äh, letzte Woche gehabt, haben wir Evans mit irgendwie knapp 150 oder 180 Yards sogar. Ich weiß nicht, welcher von beiden derjenige war mit 180 Yards, aber insgesamt abgegeben 349 Air Yards oder 350 gegen Baker letzte Woche. Und auch die Wochen davor, also, die Bälle verteidigen ist jetzt nicht unbedingt die Königsdisziplin dieser, dieser Lions-Defense. Wobei, ähm, weil, weil du es gerade sagtest mit der Run-Defense, wenn wir uns erinnern an die erste Hälfte der Saison, da war die komplette Defense halt einfach kompletter Trash von den Lions und sie haben halt alle, ähm, gegen die sie gespielt haben, ähm, pardon, ähm, outgescored, aber tiefe Bälle sind echt ein Problem. Und wenn man daran dann denkt, wer da ist, also Mid- und Mid-Range und Deep-Range, wer dann da ist, Purdy wirft sehr akkurat, haben wir gesagt, effizienteste Passing-Offense der NFL, ähm, dann ist das schon sehr, sehr spaßig. Und, äh, das ist so ein bisschen so diese klickenden Rädchen, die ineinander passen. Die eine Schwäche, du sagst es gerade, ist die Stärke des anderen und die Schwäche des anderen ist die Stärke des einen. Ähm, also, da könnten schön irgendwie, ähm, wie sagt man, man reitet das Pferd so lange, bis es tot ist, wenn man eins gefunden hat, äh, das könnte schon auf die ein oder andere Situation zutreffen. Ja, sehe ich auch so. Und da bin ich auch so, wenn ich mir so, wenn ich so überlege, was das Scoring-mäßig angeht, und ich glaube, das wird, äh, wird anders ausfallen als das andere Spiel, bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, lass noch mal einmal auf die Defenses gucken, weil, ähm, ich fang jetzt nicht mit den 49ers an, sondern mit dem Positiven bei den Lions zu den 49ers. Kommen wir dann gleich noch auf, äh, ausgiebig, aber du hast CJ Gardner, äh, Johnson, der zurückkommt, äh, als Playmaker. Du hast Aiden Hutchinson, der, ich glaube, in den letzten fünf Spielen vier Sex gemacht hat, ähm, Edge. Und, ähm, das sind so, ähm, sind Spieler, die, wenn wir jetzt auf die Drafts, die letzten, zurückgucken, und wir nicht ganz genau wussten, was die Lions so wollen und was sie machen, dass sich, was sich komplett ausgezahlt hat im positiven Sinne. Auf der anderen Seite hast du in der Secondary, ähm, da sind wir bei den Deep Balls, ein Cornerback Embry Thomas, der zwei Crucial Flags letzte Woche gezogen hat, ähm, für zwei, für zwei Penalties, äh, Penalties, DPI. Also, das ist so eine, so eine Mixed Bag bei den, ähm, bei den Detroit Lions. Aber achten auf jeden Fall auf Hutchinson, der, wenn du den in Interviews siehst, einfach, ähm, auch so eine gewisse Humbleness hat. Was ist das? Der wohnt ja auch irgendwie 30, ist ja 30 Meilen vom, von, äh, vom Stadion. Also gut, jetzt spielen sie bei den 49ers, aber, äh, 30 Meilen vom Stadion groß geworden. So einmal die, den Highway runter. Äh, das hat richtig Spaß gemacht in den letzten Wochen. Und eben, ähm, CJ Gartner, Johnson zurück, dürfte jetzt auch nicht unbedingt das Schlimmste sein für ein Championship-Game. Nee, da brauchst du ja alles, was du, alles, was du kriegen kannst, sag ich jetzt mal, ne. Ich finde, man darf auch nicht den, ähm, ihren Rookie vergessen, Brian Branch, den, den Save, den sie in der zweiten Runde gesnackt haben, äh, von Alabama, ne, der, der auch eine wirklich, wirklich starke Rookie-Season spielt, ähm, find ich wirklich sehr beeindruckend. Und, äh, ja, sie, ich glaub, die, die Passing-Defense, die, die wird eine ganze Menge zu tun haben. Und, äh, wenn Aiden Hutchinson es schafft, gegen, gegen Trent Williams und die O-Line der, der 49ers, äh, Druck auf Purdy auszuüben, das, äh, das wäre, glaub ich, sehr hilfreich. Ähm, du hast es angesprochen in den letzten Spielen, äh, Sack-mäßig ganz, sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Ein absolut, äh, ja, Glücksgriff, muss man ja sagen, ne. Also, viele hatten ihn ja tatsächlich als den First-Overall-Pick in seinem Draft, aber da haben sich die Jaguars denn ja jemand anders, äh, ausgesucht und Detroit, die da an zwei gesessen haben, haben sich wahrscheinlich, äh, so schnell war die, die Karte wahrscheinlich, äh, drin wie sonst nie bei, ähm, beim Draft. Also, es war, hat, passt sehr, sehr gut, ne. Hometown, Kitt und, und alles ist schon echt, echt schön. Auf der anderen Seite bei den 49ers, ich sag's jetzt einfach mal, Nick Bosa, Javon Hargrave, Javaris Ward, Fred Warner, also, ähm, Star-Student. Drey Greenlaw. Drey Greenlaw, genau, mit, ähm, zwei Interceptions. Ähm, eine Crucial, ähm, im Late-Game. Ähm, die Defense, ähm, lässt auch nur 17,5, äh, Points per Game zu, ist dann Nummer drei hinter den beiden Defenses, äh, der beiden Teams, Ravens und Chiefs, die wir vorhin hatten. Und, ähm, ist die Nummer vier Defense, ähm, gegen Tight Ends. Also, da sind wir, ähm, bei dem, bei der Range, die Son Laporta mit abfrühstückt, weil das nämlich so Mitte, Mitte des Feldes, between the numbers, ist so die Area, in die Jared Goff am liebsten reinwirft. Und da sind die, ähm, ist die Defense der, der 49ers besonders stark. Also, darauf kann man gerne auch nochmal, ähm, achten. Also, Nummer vier gegen den Pass overall und Nummer vier gegen Tight Ends. Und, ähm, das sind so, also kann man sich rausgreifen, wie man möchte. Nick Bosa hatte, glaube ich, letzte Woche fünf QB-Hits gegen Jordan Love. Das ist irgendwie ultra-fantastisch, finde ich total krass. Und, ähm, also, da, das sind, ja, man sagt immer die 85er Bears, aber das geht auf jeden Fall stark in die Richtung einer dominanten Defense, die, ich glaube, nach der letzten Woche, wo sie ein bisschen gebraucht haben, halt auch wieder in Full-Throttle sind, oder? Bei einem Championship-Game. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, das Ding ist ja, die 49ers, die sind ja nun auch regelmäßiger Gast in, in den Championship-Games in den letzten Jahren, ne? Also, die wissen auch, was da auf sie zukommt. Ähm, ich, äh, Nick Bosa, ich fand ihn am Anfang der Saison, fand ich ihn sehr, ich sag mal, still, sag ich jetzt mal. Hat sich aber deutlich gesteigert, finde ich, im Laufe der Saison. Ist auch ein viel größerer Faktor geworden. Und dann hast du, das finde ich auch so geil, dann hast du noch einen Chase Young aus Washington geholt, der, ne, auch ein Second-Overall-Pick gewesen ist, auch von Ohio State gekommen ist. Und, ähm, ja, der, der jetzt anscheinend zumindest für diesen Run sein, sein Zuhause gefunden hat. Und, wie gesagt, man kann, finde ich, Dre Greenlaw und Fred Warner, die, die beiden Off-Ball-Linebacker, die ja angeblich, also Off-Ball-Linebacker hört man ja ganz oft, ist, hat nicht mehr so viel Wert in der NFL. Weil, ähm, die beiden, äh, Strafen, die Leute halt lügen, ne, in der Defense, die, die 49ers da seit Jahren spielen. Und es ist ja auch vollkommen egal, wer da jetzt Defensive Coordinator ist, ne. Das ging ja mit Robert Sully, mit, mit dem ging's los, denn, äh, Demiko Ryans kam danach. Und, und, und jetzt eben auch schon wieder, ne, mit dem, mit dem nächsten, äh, Defensive Coordinator, mit Steve Wilkes, der ja auch schon wieder Head-Coaching-Interviews bekommt. Also, es ist, das kommt nicht von ungefähr, dass, dass so ne Leute, ähm, so gefragt sind. Und da ist dieses Spielermaterial, was die, die 49ers dort aufbieten, schon wirklich, wirklich sehr gut. Ja. Du sagtest, es ist gerade, es ist die vierte Championship-Teilnahme unter Shanahan. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als er damals kam, haben sie ihm, glaub ich, einen Sechs-Jahres-Vertrag gegeben, der jetzt mittlerweile auch, glaub ich, verlängert wurde. Äh, dafür warten die, äh, 49ers seit 1994 auf dem Superbowl. Das ist echt, äh, richtig krass. Also, ich würde abschließend, bevor wir auf die ... Waren aber zweimal dabei, ne, also, das darf man auch nicht vergessen. Ja, 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 waren zweimal drin. Waren eingesteckt. Ja. Wir könnten einen Rematch kriegen, ne, vom, vom Haarball aus 2012, oder wann es war, 2013, wo das Licht in den Haarball ausgegangen ist. Ja, ich weiß gar nicht, wann es war, ja. Ja. Müsste die 2012er-Saison gewesen sein, also, könnte ein Rematch ... Anfang 2013 meinst du, ja, okay. Ja, das stimmt. Ja, ich glaub, Anfang 2013 war der Haarball. Ja, definitiv. Ähm, ich würd noch mal gucken, die, ich glaube, das Spiel wird umso, je besser, desto konstanter beide Quarterbacks sind. Also, ähm, bei Purdy muss jetzt nicht alles abbrennen, aber please be steady, also mach keine Fehler. Und das Gleiche, als ich dann so drüber gelesen habe und mir Gedanken dazu gemacht habe, gilt für Jared Goff auch. Also, ich wünsche mir, dass beide Quarterbacks ein rock-solid Spiel haben. Denn dann können in der Offense die Playmaker auf beiden Seiten und auch in der Defense die Playmaker auf beiden Seiten genau das machen, was wir erhoffen, nämlich für ein richtig geiles Spiel sorgen. Und, ähm, ich hörte, ich hab unheimlich wenig Lust darauf, dass einer von den beiden Quarterbacks genau zu dem Zeitpunkt ein Stinker-Game rauspackt und das zur Halbzeit so eine 24-3-Nummer ist, weil wir bis dahin schon zwei Interceptions hatten. So ein bisschen wie Flecko das gemacht hat, ähm, bei den Brownies. Also, darauf, darauf hätte ich überhaupt keine Lust. Von daher ist das allererste, worauf ich achte, hey Jungs, an der Center, bleibt cool, bleibt ready und, ähm, versaut's bitte nicht, weil davon hängt von der Position zu viel ab. Ja, und, ähm, was da noch dazu kommt hier, toi, 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 ne, klopfen auf Holz, dass die Jungs vor allen Dingen verletzungsfrei bleiben, ne. Denk an Purdy letztes Jahr ein Championship-Game, früh raus gewesen, das Spiel ist dadurch ja ein komplett anderes geworden, ne. Das ist, ist, ist nun mal einfach so und das würde hier jetzt genauso wieder, äh, zutreffen. Also, von daher, äh, toi, 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 dass beide oder dass alle fit bleiben und, ähm, man so eben das bestmögliche Spiel kriegt, was man, was man halt bekommen kann. Ja. Dann lass uns da auch noch mal gucken. Also, als allererstes, äh, weil du gerade sagtest, punktemäßig, ähm, ich gucke gerade, haben wir ein Over-Under, finde ich das gerade? Nee, finde ich gerade nicht, aber was denkst du denn, wie das punktemäßig so verlaufen kann? Also, wie viele, wie viele Punkte? Also, das, was du vorhin gesagt hast, geht eher so in die Richtung, dass du denkst, dass es ein bisschen mehr werden könnte, oder? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen mehr werden könnte. Und, ähm, da ist ja auch so ein, so ein, so ein Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen darf. Denn Campbell hat ja auch Bock, denn mal auf ein Risiko zu gehen, ne. Und ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, also, ich würde es den Lions wirklich nicht wünschen, ne, dass es dann wirklich so passiert, dass du dann vielleicht 30, 29 verlierst, weil, ähm, weil, ähm, Dan Campbell sagt, wir gehen für zwei, wir wollen das Ding vielleicht in Regulation gewinnen oder so, und dann geht's halt so wie gegen Dallas daneben oder sowas. Also, das, das wäre natürlich nicht wünschenswert, also, für einen neutralen Fan, klar, ne, möglichst viele Punkte, möglichst viel Action oder so. Also, aber. Also, Overhand, habe ich gerade geguckt, liegt bei 51. Ich glaube, das gehe ich auf jeden Fall so mit, das wäre so. Ja. 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 Und 27, 25 oder so, also wie auch immer das verteilt ist. Ja. Und dann, äh, einmal die Frage, von zehn Spielen, wer gewinnt, wie viele? Da bin ich bei sieben für die 49ers und drei für die Lions. Ja, ich bin, also sieben, drei, sechs, vier, aber ich glaube, ich tendiere auf jeden Fall auch für sieben, drei. Also, was, was kein Fund ist, finde ich, ist dieses Jeans-Stadium da in, äh, Santa Clara. Also, das ist so. Ja. Da werden wir uns jetzt schon mehrere Male darüber unterhalten. Es ist halt einfach kein Football-Stadion, es tut mir leid, also. Kein Tempel, nee. Nee, ist es, ist es leider nicht, ähm, abgesehen davon, dass es irgendwie so weit weg von der, von der, äh, von der eigentlichen Stadt weg ist. Okay, gut, dann warten wir mal ab, ähm, wir gucken beide Sonntag, beide Spiele, ähm, und, äh, schlafen dann Montag ein bisschen aus und, ähm, sehen uns dann zumindest wieder live um 19 Uhr am Montagabend. Äh, bis dahin allen Leuten viel Spaß beim Football, ähm, und bei den Championship Games und, äh, reingehauen, danke. Ciao, ciao.